Guten Tag, mein Name ist Held. Wir spielen Rocket League mit Big Mala, Ingo, Viva und Chrombacher. Chrombacher, Chromax. Guten Tag, ich hoffe, ihr seid unterhalten. Natürlich Blondes. Ich kann nicht springen, ich habe noch eine Pulle in der Hand. Achso, ich wollte gerade schon sagen. Das ist doch nicht unser Held. Der scheiß Amateur. Was war das? Das war ein Pink Grapefruit. Gut gebrillt. Der war schön, der war sehr schön. Die Konsistenz war auch nicht, oder? Oh shit. Was? Macht er dir da? Alter. Der hat das zweite Tor schon gemacht. Wenn Manuel Neuer nicht so gut hält. Aber, du musst mal gucken, der hat den Ping. Oh, das ist ein Computer. Ne, ne? Der hat den Ping von vier nur. Was hat der denn für eine Leitung? Das ist Entwickler. Das ist halt die schnader Quelle. NASA oder was, ey? Jo, das ist Entwickler. Entwickler. Jetzt sieht der, wie wir spielen, ne? Kann sein. Wo sind die Scheiß, Alter? Dafür habe ich das Spiel aber nicht entwickelt. Ich glaube, ich mache mal das Spiel wieder zurücksetzen. Oh Gott. Ja, ich bin im Tor drin, aber nicht der Ball. Irgendwann würde auch mal gerne der Ball sein. Boah, da würde ich mir glaube ich so schlecht werden. Und schon wieder. Viel zu lange zum Portieren müssen übrigens. Was ist denn hier los, ey? Wo war unser Torwart? Der hat vielleicht gerade den Angriff gestartet. Okay. Ja, Manuel Neuer wirst du unbedingt nicht, aber... Wer wirst du, Bunkboy? Wusstet ihr, dass man, wenn man auf den... Dingsesknopf drückt, auf die Mausrad drückt, nach hinten gucken kann? Ja. Keine Ahnung, ich bin mit Gamepad. Ne, bei mir nicht. Ne? Ne. Drück drauf. Das ist schon wieder so, ey. Da können mich schon wieder aufregen. Diese blöden... Nö. Wie soll er es verunsichern? Und verunsichern, wenn es tatsächlich rückwärts war. Ey, was macht er da? Ich weiß es nicht. Er fährt rückwärts. Wieso das? Ich weiß es nicht. Das ist die Taktik. Was macht er da? Er fährt wieder rückwärts. Wieso macht er das? Ist das Anzeichen der Eliminati? Wir wissen es nicht. Genau. Seit wann kennen wir dieses? Ganz neu, die Taktik. Vielleicht ESL-Spieler, die was Neues ausprobieren wollen? Keine Ahnung. Rückwärts fahren. Vielleicht machen sie auch so ein Tor. Wir wissen es nicht. Nur die Innenminati-Weißers und Ayman Abdallah. Genau. Haben sie damit Erfolg? Wer weiß es? Wir wissen es nicht. Einfach mal dranbleiben. Nach der Werbung. Bei GameShort is all mystery. Ja, genau. Das war ein Tor. War das Wirklichkeit oder nur Fantasie? Wir wissen es nicht. Schauen wir uns mal die Wiederholung an. War ein Tor. Wer war dieser Big Mana? Big Mana? Der Name. Ist die Zusammensetzung schon mysteriös? Wofür steht... Wofür steht das Big? Ist der Mensch Big? Hä? Wer weiß es? Wer kann es ergründen? Mana! Mana! Wofür Mana? Wir haben versucht mit seinem Namen nur seine Minderwertigkeitskomplexe zu verschreien. Wir fragen Ayman Abdallah, was er davon hält. Oh Stefan Raab. Ja! Das musst du machen. Du kannst das besser. So meine Damen und Herren. Wir wissen es nicht. Ich weiß es. Ich kann es nicht mehr. Scheiße. Ah gut. Dann macht Marcel Reich ran. Jetzt geht das besser. Ich kann jetzt nicht so laut. Achso. Sonst haut Mami ihm auf die Eier. Genau. Wir wissen es nicht. Wir wissen es vielleicht Fantasie. Oder Mythos. Genau. Das nächste Mal. Die Mitspieler, die er mit hat. Sind das wirklich Pros? Sind das andere? Wer war? Vielleicht seine Mama und Papa? Gefährten. Wir wissen es nicht. Auf welche Reise haben die sich begeben? Vielleicht wieder ein Zeichen der Illuminati. Alter, hörst du eigentlich was zu bei dem Gelsding? Nein. Wir wissen es. Das hat sich aber... Das kam bei richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, sehr schön geht's. Boah, ey. Was ist sie, ne? Das kam bei aber ziemlich gut. Muss ich sagen. Das passt irgendwie grad voll gut, ey. Krass. Der Ball war drin. Oder doch nicht. Wir wissen es nicht. Halt jetzt die Kusch, oder? Hat uns die Fantasie einen Streich gespielt? Oh Gott, Alter. Was geht hier ab, ey? Oh Gott, Alter. Dieses einzige Spiel, war das eine Geschichte? Oder war das nur die Fantasie mehrerer Menschen auf der Welt? Jetzt kommt welche Rückhand. Klatsch, klatsch. Handkantenschläge. Rückhand, Rückhand. Gibt es Gewaltausschreitung in diesem Spiel? Wir ergründen es. Wir sind extra nach Italien gereist. Genau. Um diesen Phänomen auf die Gründe zu... Alter, Vater. Oh, Leute. Gott, Alter, Alter. Um Italien gereist, um dieses Phänomen zu ergründen. Hier an diesem Ort stand vor 1969 das große Ereignis des Footballstadt. Wir wissen es nicht, ob es wirklich wahr war oder Fantasie. Der Mensch... Spielt. Spielt. Spielt dieses Spiel in der Zukunft, oder in der Vergangenheit, oder in der Gegenwart. Wir wissen es nicht. Boah. Diese vier Spiele. What? Schönes Ding, Cromax. Was haben diese vier Spiele an. Ey, was Mana kann, kann ich auch. Jetzt wird es schwer noch aufzuholen. Guck mal, wir haben die gleiche Ping. 32, ich habe 36. Du hast 36. Woran liegt das? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Da muss jetzt sitzen, ja. Vier mysteriösen Spieler. Hate. Der Torwart. Aber wenn man weggerannt wird immer von den anderen, Alter, ist es voll heftig, ey. Kommt jetzt, ran damit. Ingo Viva. Nein, da krieg ich den hin. In Cromax. Oh my god. Wir fangen alle drei so zusammen, ey. So ähnliches Sandwich. Ja toll, ey. Wer hat denn denn da so... Das lag schon wieder, Alter. War das wirklich ein Tor? Oder hab es nur so ein Tor? Oh Gott, ey. Es wird zu viel. Das war's für heute in Folge. Unspass. Ja, Rocket League. Rocket League. Eine Legende. Warum ist die Banane krumm? Wir wissen es nicht. Ein Zeichen der Nominati. Wir werden es erforschen. Alter, ist es gut. Ich versuche in Ruhe meine Erdnüsse zu kauen, du Affe. Ernst. Eine Erfindung des Teufels. Warte, jetzt kommen wir noch einmal. Schade. So Jungs, ich bin raus, ich verabschiede mich aus dieser Folge. Tschüss, ciao, bye, bye. Ich bin back. Genau, du bist weg. Oder ist das so? Wir wissen es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich schmeiße jetzt mal eben hier raus und... Ja, komm. Geh wir mal kurz raus. Mach hey zum Pura. Zum Pura. Zum Pura. Oh, Böy, du auch? Hä? Ihr müsst noch ein Spiel hier abzuschauen. Wir müssen noch eine machen, Böy. So. Ja. Du musst doch drinbleiben, Böy. Nee. Aber bleib mal drinnen, oder? Hä? Hä? Hä, wieso? Wir haben doch schon... Nein, wir haben erst eine Runde. Wir müssen auch noch... Das ist gut. Nein? Ich hab gedacht, ich bin raus. Das ist gut von deinem Hirnschwunster. Wir wissen es nicht. Böy, du musst doch mal reinkommen. Oh, Mann. Ich will aber nicht. Und Hate ist auch raus. Nö. Hä? Bin eigentlich noch da? Nein, Hate ist draußen. Du bist raus. Alter. Ja. Ich wurde aus der Gruppe entfernt. So. Ich wünsche euch alles Gute. Und tschüss. Und tschau. Bye-bye. So, dann machen wir noch ein Spielchen. Machen wir mal... Standard. Ranked. Du 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 du. Oh, die Musik ist gerade geil. Ist... Ist... Ist eigentlich die, äh, äh, Musik bei euch genau dann die gleiche? Jetzt gerade im Moment? Oder ist das... Ich hab die sowieso aus, weil der in-game sowieso keine ist und durch die Monken-Radio, oder? Wir spielen gehen. Nö, Mati, Harry. Damit Harry. Meeslam. Und Steck. Okay, komm Alex, komm jetzt einmal bitte mit dieser komischen Zwergenstimme einmal aufhören. Was denn? Das ist irgendwie so ein Raucher, ey. Der seit, weiß ich wieviel Jahren Kettenraucher ist, ey. Ich verstehe überhaupt nicht, was dein Problem ist. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin ihm auch. Ingmar regt sich immer jeden kleinen Scheiß auf. Warum? Nein. Haben das was damit zu tun, dass ich einfach nur... Ingmar ist... Ingmar ist ein Choleriker, der kann's okay. Der regt sich über alles auf. Der regt sich sogar auf. Na, nicht über alles. Ich bin eigentlich voll ge... What? Nein, Ingmar regt sich nicht über alles auf, also das ist wirklich... Ja, es geht, hallo. Ich bin manchmal wie ein Teich ohne Wind. Ein, äh, was? Teich ohne Wind. Teich ohne Wind? Teich ohne Wind. Teich ohne Wind. Also stilles Wasser. Genau. Um es mal so auszutun. Ja, stille Wasser sind tief. Ja. Warum? Glanzparade, Glanzparade, hey. Hey. Och. Na, Alter. Ja, wo warst du? Und wo war Ingo? Ich bin da weggekatapultiert worden. Ey, ich hab den nicht bekommen. Du siehst doch. Oder hast du es nicht gesehen? Na ja, aber bloß langsam überrascht mich das halt bei dir echt nicht mehr. Ja, weißt du, was mich nicht mehr überrascht? Na komm, guck mal. Tor. Ne, der wird nicht rein gehen. Guck mal hin. Nein. Ja, guck. Oh, da müssen immer die kleinen Wichskinder erstmal vorher den Ball noch wegrammen, ey. Boah. Oh Gott. Weißt du, zu dritt gehen die vom Gegnerteam auf den Ball drauf los. Und wenn, sagen wir, die anderen kleinen Kinder nicht, dann kommt irgendwie Börje, der den Ball einfach mal so weg macht, ey. Mann. Irgendwann, ich treff den Ball wenigstens irgendwie. Ja, das ist aber nicht Sinn der... Dann lieber warten und in Ruhe gucken, okay, abwarten. Ja, merkt man ja. Du hast ja den Ball liegen getroffen. Natürlich. Mann, denn. Hast du heute schon mal den Ball verpackt? Gab es gerade? Ach, komm, du Brillenschlange, ey. Ist doch so. Ich hab grad keine Brille aufgebringt. Ja. Ganz fehlerhaft von dir. Das wüsst du mal im späteren Alter bereuen. Späteren Alter? Ja. Das musst du ganz sagen, der noch nie eine Brille hat, ey. Ja. Kannst du mal sehen, wie gut ich bin. Ja, okay. Du gehst ja auch nie zum Morgenarzt. Ich... Wer auch keine brauche. Ne, man geht aber auch zum Aura zum Gucken manchmal, ne? Halt, das ist ja mal Quatsch, ne? Ja. So ein Bullshit-Tor. Boah. Abgezogen habe ich. Ich weiß, wir können das. Oh scheiße. Der wär geil gewesen. Soll ich mir jetzt machen wir auch was? Ja. Ja. Ja, was war das jetzt? Mach ich doch schon. Ja, ist doch schon. Guck! Und du springst vorbei, ey! Ja, ich mein, jetzt mach was. Guck. Ich fall jetzt frei. Ja, was mach ich denn die ganze Zeit? Hallo, echt. Du bist ne Lavaback. Stehst da hinten, Alter. Und bewachst das Tor, ey. Ja, dann muss das ja machen. Mal. Aua. Guck mal, wirst du noch weggerammt, ey. Weil... Ja, von beiden. Und dir und, äh, ey. Ja, weil du einfach blind einfach drauf zufährst. Oh. Da hat mich einer kaputt gemacht. Na, na, warum? Da hat's bestimmt bewusst. Weil die Banane-Promis kommen. Warum da nicht aufgefahren ist doch. Ich bin drauf gefahren. Ja, du. Wir are too late. Sehst du, der hat mich nur ausgetrickst? Bullshit. Getrickst, getricket, getricket, tricket, tricket. Mal schauen. Ähm. Oh, fuck. Guck, Dash. Wow! Getrickst er halt noch ein bisschen, ne? Getricket, genau. Den ausgetrickst, Dexen ausgetrickst. Wie Messi, ey. Mhm. Hate unser Messi. Das hört sich voll komisch an. Hate unser Messi. Weil, das ist zweideutig, ne? Einmal Messi für Fußballer und einmal Messi für Unruhe und Unordnungs... ...Fanatiker. War nicht Fanatiker. Oh, oh. Alter, wie... Warum rennt er mich denn weg hier? Das war sch... Also echt... Ey, was haben die Kinder denn für Probleme? Was für... Was... Was haben die für Probleme, die ganze Zeit wegzurammen? Ey, was... Oh Gott. Taktisch. Ey, das würde ich nie machen, ohne Spaß. Immer nur hinter einem herzufahren und zu sagen, oh, ich ramm den jetzt immer die ganze Zeit weg. Aua. Einmal viel zu blöd, ey. Dafür gebe ich nicht die 13 Euro für das Spiel aus, um einen nur wegzuhaben, ey. Ach, 20 kostet das jetzt schon? Ja, den macht's halt. Vorsicht, den kostet. Ne, 13 Euro nicht. Nein, 20. Ne, der war's... Ach, der war doch Summer Sale-Böhr hier. Das stimmt, du hast bei Summer Sale gekauft. Ja. Ich nicht. Söndlich rumspielen. Ich will's, verbietest du mir gar nicht. Verbiete mir den Ton, ja? Was? Sei ruhig da. Der auf dem billigen Rang da hinten, der Torwart, der hat nichts zu sagen. Boah, der geht jetzt rein, komm. Nice, ey. Wenigstens einer kann das spielen. Ja, guck mal auf deiner... Guck mal auf Ranked. 0, 0, 0, 0. Du hast doch gar nichts gemacht hier. Nö. Guck mal auf deinen Profi, den Semen-Profi da. Ja, du hast auch öfters schon gespielt. Da würde ich mal ein bisschen spielen, irgendwann, wenn du so gut bist. Ach, Beide. Ich verdiene wenigstens Geld. Ja, toll. Du bist ja auch älter. Was hat das denn mit zu tun? Ich habe in deinem Alter auch schon Geld verdient. Ja, weil du einen Job hattest. Ich nicht immer. Als Erzieher verdient man kein Geld. Ja, dann richte ich auch nicht auf. Was? Ich gehe mich doch nicht auf. Warte. Oh, 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 oh. Oh, aber Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schön, Ingo, wie du den weggerammt hast. Hätte er nichts gebracht. Oh, guck mal, wie ich den jetzt... Guck mal, guck mal. Wir brauchen noch das Tor. Ran da an den Ball. Los, weg damit. Komm, ab. Oh, nicht dahin. Komm, der muss oben bleiben, aber. Orange gewinnt. Ah, ist egal. So. Dann ist die Runde auch wieder vorbei. Hate, dein Part bitte. Tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal bei Rocket League. Tschüss. Tschüss.